hallo und herzlich willkommen hier in der zweiten Folge hier in Elgard ja nun wird gedüngt auf der Wiese Düngerstreuer logisch weiß ja ich habe mir ist ein Missgeschick passiert ich habe ja mit Gerste wollte ich aussäen jetzt habe ich aber überwiegend Weizen drin muss ich aber bei Gelegenheit die erste Reihe nochmal mit Weizen nacharbeiten das klappt weiß ich nicht ich weiß nur dass es gab ein Problem im 19er wenn zwei Früchte nebeneinander waren da gab meistens das Dilemma dass dann praktisch das Schneidwerk immer wieder neu anfangen musste weil ja sobald ein anderes Fruchtanspiel war hat es nicht mehr funktioniert also muss ich dann ja noch nacharbeiten eine ganze Runde ich lege auch mir hier für die andere Wiese ein größeres breiteres Gerät zulegen mit 9 Meter oder so braucht er schon ziemlich lange mit 6 Meter Arbeitsbreite und ich möchte ja eigentlich schnell mit durch sein bevor irgendwas mit einem Erwachstum passiert oder so das ist ja eher das Problem so hier soll Dünger rein ob jetzt hier mit dem Kursblock geht mal gucken ich muss ja jetzt hier etwas probieren das funktioniert ja nicht dann lassen wir raus und gehen wir über das Dings rein jetzt hier jetzt auch diese Wiese CP4 Job erstellen Feldarbeit das klappt mal schauen dann macht er auch gar nicht ich weiß jetzt nicht warum dann muss ich alleine arbeiten zum Glück gibt es ja eine rohe Arbeitsbreite sonst wäre das echt blöd ne ist der andere fertig mit dem Walzen da stimmt nicht ganz aber mal sehen wir müssen das Düngen fertig kriegen das wir hier was hinbekommen das ist ja total Mangel angesagt ne hätte ich doch vorher voll machen sollen wenn es so fleißig raus geht mal schauen mal schauen welcher Mod da den Cosplay das verhindert ich muss mal gucken vielleicht gibt es da irgendwie noch einen zweiten Mod wo auch rechtsklick was zu aktivieren ist aber das mit dem nicht berechnen wollen nicht geht das ist das war schon vorher da ob es der Feldform gelegen ist also oder ob hier bei der Walze ist ja genau gleich hier gewesen da war ja geflüht und angelegt war mal schauen die andere Wiese konnte ich erkalken wo ich aktuell über der Walze unterwegs bin da war alles möglich also Stücktoch geht hier enorm rauf die maximale Menge die rauf geht glaube ich noch mehr Dünger ne von vor mehr Kalium Phosphat und so was das gibt es ja auch noch ist noch nicht das ganze Spektrum gleich mal die Ecke mit dem machen hier bisschen Gras liegt hier noch das würde ja verrotten ne Ziele reicht das ganze Gute hier beim Personalfahren sodass wir da so keine Probleme haben aber die WGH ist gut gefüllt da kann man regelmäßig Geld verdienen aber da muss man die Arbeit fertig machen also hier gewalt werden muss es noch richtig und und die Aussaat mit Weizen in dem Falle muss auch fertig werden für die kleinen Felder war es hier ausgerichtet gewesen ne ja man muss hier im Prinzip was man vorher entnommen hat wieder zurückbringen später würde ich ja mit Gärreste arbeiten aber das wird noch mal dauern wir würden die Technik auch noch kaufen dafür und da mangelt es erst an Geld die Zeit verkaufe ich alles was im BGH hergibt auch Gärreste ich nehme alles Geld machen was für Geld machen geht ne ich möchte ja den Wert hier hoch drücken da 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 haben wir aktuell 45 da haben wir 62 da ist der Walz nicht fertig geworden da haben wir 60 mal schauen wie das äh wie das klappt ein bisschen besser hinkriegen ne 45 ist schlecht mal schauen wir düngen nach dem düngen ne was es hier gibt das ist ja warm ist es hm die guten Krähen hier hätte ich ja jünger nachholen müssen so recht zur Zeit gehen wir viel Geld aus ne Das ist so. Ja, der Bombard rein. Temperatur? 26 Grad. Gut, am Monitor hat er nicht auch so viel. Also strahlt schon Wärme ab. Überlegen, dass er das beste technisch lösen kann, dass die Wärme abgeführt wird. Und die Lade auch anschalten. So, das können wir machen. Wo ist der Teil? Ich gehe vor allem, das kann man aufhalten. Ob ich hier nochmal flügen werde oder gleich? Mal schauen. Ich denke mal eher nicht. Ich habe es hier jetzt auch nicht gemacht, weil die Zeit dafür fehlt. Vielleicht können wir noch einmal Gras ernten. Ja, Idealfall. Ja, die Arbeit läuft. Bis auf den, mit der Walze. Muss ich neu einstellen. Und zwar da, wo auch nicht gewalzt wurde. Das werde ich machen, wenn wir hier Dünger auffüllen lassen. Muss ich mal einstellen. Ich schenke mich so, wie ich da möchte. Ich möchte jetzt schon programmiert haben. Jetzt muss die Straße rauffahren. Hier habe ich keinen Feld am Kurs gemacht. Hier habe ich noch nie gefahren. Das wäre keine Straße für mich. Zu schmal und links und rechts und tief runter. Gegenverkehr darf hier nicht kommen. Ganz vorne ist nicht gut. Mal gucken mal. Haben wir hier einen Kurs? Haha. Beide Richtungen. Keinen Weg gefunden. Hier wäre eher so ein Strich mit blau in beide Richtungen. Ja. 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 Das ist natürlich gelöscht. Gibt er jetzt hier einen Weg? Nö. Nö. Dann fehlt da Verbindung. Kreisverkehr. Ja. Jetzt haben wir die Kurse anzeigen. Müsste eigentlich hier funktionieren. Hier ist alles da. Dann wird wahrscheinlich mal gucken. etwas hier irgendwo zum Ruf. Was fehlt. Da kann man gleich mal ergänzen. 100% fehlt hier in der Verbindung. Einiges ist da. 100% fehlt hier in der Verbindung. Einiges ist da. Das ist auch lebensmüde. Also eigentlich. Erstmal den Bruder hier wegfahren. Ah. Das sehe ich schon. Da ist keine Hölle. Das ist eine Verbindung. Ein Raum später für Futter. Warum die Junge? Nahrung haben sie genug. Oh. Kann ich besitzen. Na mal gucken mal gleich. Einen Punkt hat schon gesehen. Hier. Ob es so ist. Da ist er rund. Hier war ich. Jetzt fehlt der Wissepunkt da. Beim nächsten Mal hat er halt da. gar nicht. Dann habe ich am Anfang wissen, dass er pennt. gut. Dünne. Gucken mal rein, was es in Maschinen gibt. hier. Verkehrte Menü. Ah. Prozente. Breite 6 Meter. Oh. Das ist der für den Kauf mal gleich. Den brauchen wir für vorne zum anbauen. Ah. Mit Gewicht. Das passt. Richtig machen. Richtig. Gewicht. Das reicht. Also. Du wolltest was da gehen. Das ist für Mais. Das brauchen wir nicht. 17 Meter. Wir wissen zu viel. Ah. Hier könnte man reingucken. Seetraining. Ich brauche so um die 8-9 Meter. Das ist die Kuhn. Das ist auch nur 6. Die 8 Meter. War auch schon ziemlich teuer. Und die Amazone. Kann man auch nicht leisten. Hier Horsch. Horsch. 104. Mal wieder. Die hat sogar zum Kuppern vorne zum Mulchen. Ach. Die Reifen war ja. Ja gut. Das ist ja perfekt. 7.000 Euro. Leider. Ja. Haben wir es leisten können. Ich würde mal sagen. Mieten mal aus. Wir probieren das mal. Dünger hat nicht gereicht. Mh. Nachkaufen. Jetzt kann ich hier nicht zucken willkommen. Finanziell. Aber ein bisschen Dünger haben wir noch im Fahrzeug drauf, mit ein paar Säcke. Eine Stunde verdiene mir doch was. So, das soll schon vor dir gewesen sein. Ich sage noch mal schönen Tag für das Reitschauen, tschüss, tschau, bis nächstes Mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal.